Einen wunderschönen guten Abend, liebe Überlebenden und Dschungelabenteurer und willkommen zu einer neuen Runde bei den Geistern von Amazonien. Zusammen mit mir, dein Natzen und dem Eschbörn. Hallöchen Eschbörn. Ja moin ihr Lieben, herzlich willkommen. Ja, heute wollen wir mal den Osten weiter erkunden. Den Westen eigentlich vielmehr. Ja. Den Osten des Westens. Den Norden des Westens, ja genau. Ja, den Norden und dann den Osten runter die Schluchtflugler. Genau, hier wollen wir gucken, ob wir hier an diesem kleinen See, Nachlauf, was auch immer das ist, ankommen. Ja, wir wollen mal gucken, was hier ist. Genau. Jetzt, wenn wir schon mal hier oben sind, dann gucken wir uns das auch an, ne? Richtig, bevor wir wieder nach Hause rennen. Wir müssen unterwegs mal gucken, ob wir irgendwie Bananen oder so finden. Ich stehe. Du hast einen Mangel, ja. Ja, aber nur Kohlenhydrate. Ne, ich bin dreckig. Hier unten sind doch immer Bananen, da kannst du dich auch waschen direkt. Wo? Und da könnten auch Bananen sein. Wenn wir hier runter gehen, das ist doch direkt immer ein Bananenbaum. Echt? Den hab ich noch nie gesehen. Doch, den hast du auch schon gesehen, hast du jetzt nur vergessen. Da ist ein Ingo. Das kann sein. Was? Da ist ein Ingo, der tanzt da herum. Wo? Das sieht aus, als würde der Luftgitarre spielen. Wo bist du? Hier unten, beim Bananenbaum. Oh, voll daneben. Ich hab daneben. Achso, du bist draußen aus der Höhle raus. Du kriegst mich? Ich hab den Ingo getötet. Ja, mach mich. Aber wo bist du? Hier aus der Höhle raus und dann hier den Stamm runter. Und da ist auch der Bananenbaum. Da bist du auch schon öfter, hast du dich dran bedient. Du hast ihn nur vergessen. Ach hier. Ach, den Stamm meinst du? Und hier war so ein Ingo, der stand hier und hat Luftgitarre gespielt. Und dann hat er mich nicht überlebt. Dann hat er mich nicht überlebt. Also du hast ihn genutzt. Ja. Ja. Sehr gut. Jetzt letztens noch. So, ähm. So, hier ist ein Kind. Hier ist ein Kind. Ja, hier ist ein Bananen. Die wollte ich mir nehmen. Achso. Ja, ich esse dir erst mal. Schon wieder ein Kind am Singen, aber... Ja, sehr gut. Wasser wird schon wieder wenig, aber... Irgendwann ist es ja immer. Hey, mir geht's gerade rundum gut. So, wir gehen dann wieder da lang, wo wir herkamen, oder? Ja, immer die Hände her, du. Was ist das denn da? Das ist so ein Baumstamm. Nee, es ist nicht so. Nicht, dass der uns angreifen tut. He, he, he. Ja, was denn? Du hast letztens, äh, eine Tabakpflanze mit dem Ingo verwechselt. Das ist ja ein Zemeck. Ja. Das stimmt wohl. Das war aber auch im Halbdunkeln. He, he, he. So, hier war das lang, ne? Hier ist das Dorf. Ja, genau. Das war eben platt, oder das war das Dorf. Ja. Das haben wir ja platt gemacht. Ich höre hier, wie der Schritte bis zu dir das. Ja, ja, wahrscheinlich. Gott sei Dank. Denken wir, das ist die Katze wieder. He, he. Nordöstlich, ne? Wo sind wir? 48, 33 und wir wollten nach 49, 32. Äh. Äh. Quatsch. Ne, 49, 32 war, ja, da kommt doch quasi. 49, 32, doch, ja. Doch, doch. Dann müssen wir ja in den Norden, das passt ja schon mal. Und, äh, in Osten. War hier nicht die Schlaggasse? Ja, passt doch. Hier ist alles gut. Okay, okay. Ja, aber da war ja eine Höhle eingezeichnet, durch die wir angeblich gehen müssen. Ist die vielleicht hier? Ja, aber ich wollte dann die Schlucht entlang gehen, um zu gucken, wo wir da noch eine finden. Ja, aber ich glaube, wir müssen hier runter, ne? Da, wo wir den ersten Ingo gestern platt gemacht haben. Ich glaube, da müssen wir hin, oder? Kann halt sein. Da hinten ist ein Ameisenhaufen. Ja, kann sein. Ich geh's mal. Du hast irgendwann auf deiner Uhr. Das ist auch ein Mangel. Ne, ich hab irgendwo, ja genau, Igel. Achso. Wenn du Mangel hast, dann zeigt der dir die Uhr an. Ja, die hat mir gerade gezeigt. Achso, ne, ich hatte nur die Lupe. Oder du hast auf die Uhr geguckt. Das kann natürlich auch sein. Ja. Das hab ich gerade. So, Pille. Haut der einfach ab. Ne, ich guck schon immer, ob du hinter mir bist. Ich war nicht hinter dir. Ich war ganz weit weg. Na, ich hab dich immer gesehen. Hier ist die Höhle. Ja, hier waren wir nämlich doch schon drin. Das ist doch die. Guck, da ist wieder der Skorpion. Ich hab auch schon gehört. Hier ist noch Obsidian. Achso. War mir doch nicht hier. Ne, hier ist eine Legende. Schau mal. Ja, cool. Und ich glaub, das ergibt irgendwie ein Rätsel oder eine Aufgabe am Ende, diese ganzen wird später, ne? Es wird später genau irgendwie ein Rätsel ergeben. Das Ganze. Aber bin ich ja mal gespannt. Aber ich hab, wie gesagt, nie alle gemacht. Hier liegt eine Stockklinge. Dann sind wir denn jetzt wieder gleich rausgegangen, ja, ne? Ja, ja, es ging mir, es war nur ein kurzer Höhchen. Ja. Kann man noch durchgehen. Ach ja, ging ja nur bis zu der Legende, ne? Genau. Ja, und jetzt wollte ich hier nämlich diese Schlucht mal runter entlang gehen, wo man dann entlang kommt. So, ich krieg noch einen Plan. Da ist wieder Ameisen. Ja, warte. Ich nehm gerade mal ein paar Pilze mit. Ne, ne. Ja, ich geb mir die jetzt mal, weil dann weiß ich, wie viele Katzen mir noch entgegenkommen. Ich hab noch drei Stück. Also von daher. Ich brauch da keine. So, hier geht's rüber. Mich greifen die Katzen ja eh nicht an. Hier geht's rüber. Guck mal, hier ist ein Mangroven. Das heißt, hier könnten kein Mahne sein. Oh, Mann. Ich glaub, ich seh da vorne. Doch, da könnte einer sein. Warte mal, ich geh mal hinten ein Stück zurück. Sag ich dir gleich. Ich weiß, glaub ich, was du meinst. Aber ich glaub, das ist nur ein... Ja, doch, war nur ein Baumstamm, okay. Ja. Aber sah hier so ein bisschen schwärzlicher aus. Ich weiß. Sah ein bisschen aus wie einer, ja. Ja. War gut. Dann nicht. Aber halt recht. So, was ist denn hier vorne? Ich geh jetzt erstmal hier vorne gucken. Da ist ein Nest. Oh ja, nimm ihn mit. Kein Ei drin, schade. Okay, hier geht's auch nicht hoch. Nee. Hier ist also so eine Sackgasse, okay. Ich bin hinter dir. Nicht fixen. Ich bin die Ingos dazu. Hier ist eine Höhle. Ah ja. Ah, cool. Let's have a look. Da ist auch schon der Skorpion. Hier waren wir schon mal. Hier waren wir schon mal. Die hat jetzt nämlich keinen neuen Ort angezeichnet. Guck mal, ist das ein Ingo, oder? Ach so, ist auch nur ein Baumstamm. Aber ich höre hier Schritte. Ich habe Paranoias vor Ingos. Nächste, oder? Ich sehe in jedem und all meinen Ingo. Das ist ja blöd jetzt hier, ne? Da hinten war irgendwas. Ich hoffe, es war jetzt keine Gäste. Nee, war hier so ein Pecari oder was? Oder? Okay. Halt. Hier ist irgendwo eine Spinne oder so. Ja, da sind Pecari oder Tapir. Ja, da sind Pecari oder Tapir ist das. Nee, ich habe hier eine Spinne. Nein, ich meine, das ist das aller Umläufe, das Tapir. Ja, guck. Ah! Scheiß Schlange, wo bist du? Du bist mich jetzt erschrocken. Entschuldigung. Die Schlange mich auch. Ach, jetzt leckt mich doch am Arsch. Wo ist die denn? Die beißt mich, aber ich sehe die nicht. Warte, ich komm. Da ist der Drecksbiest. Zischt auch nichts. Ich sehe nichts. Jetzt sehe ich sie erst. Drecksviech. Ja, voll im Busch. Jetzt habe ich ein Problem. Ich habe viermal Vergiftung. Oh. Oha. Das ist scheiße. Ich glaube, du gehst drauf. Ich glaube auch. Kann man da noch tun? Äh, weiß ich nicht. Hast du Dings hier? Warte mal, was für eine, für welche Runde? Ähm, hier diese. Fugchenverband? Fugchenverband. Tabak und Fug hier habe ich da. Ja, cool. Drei Mal brauchst du, ne? Habe ich. Hier hängt eine Leiche. Ja, dreimal wäre schon mal cool zum Überleben. Ähm, warte. Ach, jetzt kann ich das wieder nicht. Ah. Warte. Ah, diese blöde Sau. Kreis zu voll unbeeindruckt von uns hier um uns herum. Da ist noch ein Gürteltier. Ähm. Noch ein Tab hier. Jetzt warte, da, 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 da. Vielleicht hier. Da wäre ich ja geschützt gewesen. Da haben wir eine. Punkt, hier ein Verband. Gut. Schnell, sonst bin ich gleich... Ja, ich bin gleich tot, vielleicht. Oh, oh. Vielleicht noch nicht. Wir dürfen jetzt noch mal runter. Nee, alles gut. Dann weiß ich, wir haben die Gitarre verloren. Zwei? Möglicherweise. So, zwei habe ich aber verbunden. Aber mein Herz kloppt schon. Aber das zeigt mir immer noch vier Vergiftungen an. Obwohl ich die verbunden habe. Ja, aber du bist immer noch vergiftet. Und das Gift muss erst aus deinem Körper. Das dauert ein Weilchen. Ja, bei mir dauert das kein Weilchen mehr. Du gehst jetzt richtig drauf, wa? Ich gehe jetzt Richtung, äh, Nachtmarie. Du wirst in der Höhle aufwachen, wo wir jetzt gerade losgestattet sind. Meinst du, du findest hier wieder hin? Ich denke. Gut. So, du passt auf mein Zeugs auf hier? Ja, ja, auf jeden Fall. Und ich verbrenne die Ische und so. Da liegen Ameisen auf den Verbänden. Nimm die mal auf, nicht, dass die verloren gehen. Ja, sie kommen nicht, komm. Die sind wichtig. Ich komm. So, Feidel. Ein bisschen Zeit habe ich noch. Ah, nur noch zwei Vergiftungen. Vielleicht schaffe ich es ja noch. Ich sehe hier keine Ameisen, die sind zu klein. Hör mal auf Sachen weiter darauf geschmeißen. Ja, die sind da irgendwo runter. Ja, die gehen nicht verloren. Ja, ich finde sie jetzt jedenfalls nicht. Nee, stimmt. Die Säge Ameisen in dem Haufen finden. Das ist wie die Haare im Heuerhafen. Ja, ist ja richtig. Oh, ich überlebe. Ja, guck mal. Ja, ich habe nur noch ein bisschen Fieber. Das ist bei mir auch immer so. Immer wenn ich denke, jetzt gehe ich drauf und werfe alles runter, überlebe ich. So, dann sammle ich den ganzen Kram auch wieder ein hier, wa? Ich warte noch, bis dein Fieber verhalten. Du wirst jetzt die ganze Zeit Durst haben. Ja, ich weiß. Aber mein Leben geht schon wieder nach oben. Also von daher werde ich es wohl überleben. So, jetzt sind die Ameisen bestimmt irgendwo runtergefallen hier. Ja, mal gucken. Aber eigentlich dürfte ich ja nichts verloren haben. So, Ameisen habe ich schon. Zwei von drei wieder. Ja, drei. Aber wie so passt das auf dem Blatt jetzt nicht? Schon wieder eine neue Hörer? Was? Oder ist das Ziel, aus der wir gerade kam? Hö, der Dreckschau, Rassweigen. Sie hat vielleicht schon eine Schlange mitgenommen? Ja. Gut. Ich liebe es, wenn die Leute mitdenken. Na. Bist du bei mir an der richtigen Adresse? Prei, Prei, Prei. Ja, siehst du nicht vergessen? So, ich glaube, ich habe mein Zeugs alle wieder zusammen. Das ist gut. Ja, finde ich auch. Durstig ist er halt. Ich habe noch schmutziges Wasser im Bidon. Das macht aber nichts. Ja, ja. Hast du noch ein Feuerbrett zufällig? Äh, warte. Äh, hier hinten, ne? Ja, eins habe ich noch. Kannst du das mal hier draufknallen, bitte? Wo bist du denn? Ach so. Ach, da war noch eine Leiche. Guck mal, ich war so mit meinem Tod beschäftigt. Da habe ich die ganze Zeit von geredet und bin doch schon die ganze Zeit dran, da was zu machen. Was denkst du denn, warum ich hier rumhacke? Ja, ich habe mich gerade schon bewundert, was du da alle treibst. Das bin ich. Männer sind doch alle gleich. Entschuldigung, ich war damit beschäftigt zu überleben. Das fand ich gerade in dem Moment etwas wichtiger. Ich weiß, versteht man nicht, dass mir das wichtiger war? Ja, ja. Echt? Nicht multitasking hier. Nee. Voll nicht. Ach so, der war verdorben. Den wollte ich deswegen nicht mitnehmen. Ich habe mich... Das ist bis jetzt nicht mitbekommen, dass du mich hier zerschrauben hättest. Geht's dir wieder gut? Ja, ja. Können wir weiter? Warte. Ja, trinken müsste ich gleich nochmal was, aber sonst geht's. Okay. Das geht. Ich habe noch ein bisschen Fieber, aber sonst okay. Ach so, vielleicht müsste ich mal schlafen. 35, 34. Oh ja. Ich mache gleich mal ein Hayabubu. Ja. Warte, ich will mir nochmal irgendwie irgendwie... Hattest du nicht diese Pilze gegen Fieber? Die hatten wir verkocht eben und noch getrunken. Ach, schade. Ja, ich habe nicht mal mehr genug Kraft zum Springen. Hier unten ist eine Schlucht. Ich falle auch gleich um. Ich komme. Bin bei dir. Ja, sehr gut. Die Avocadofrüchte. Ja, hab ich schon. Ach so. Ich bin überladen. Ja, die geben mir schön Wasser, das... Ah, guten Tag. Komme. Bin da. Oh. Boah, Fieber braucht echt lange. Ich muss dem echt anspringeln. Ja. Probe spiel, oder? Ja, das mit dem Fieber dauert immer ein Weilchen, das stimmt. Echt, stimmt. Er schreit schon wieder nach Rest. Warte, ich baue mir mal ein Bettchen. Warte, komm mal hier rüber. Was? Wo? Ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Ah ja. Ja. Kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Hier die Stelle, hier sind wir mal reingestrungen. Ja, das ist die Schlucht, wo wir schon mal waren. Ja, ja, ja. Das ist nicht so weit von unserem eigentlichen Zuhause entfernt. Nee, eigentlich nicht, ne? Aber wie du siehst, geht es auch nicht weiter. Das heißt, ja, guck mal, hier ist unsere Schlucht. Ja, wir sind letztes Mal mit dem Kind in der Hand, sind wir hier runtergesprungen. Hör mal, da hinten geht es zu unserem Nachhause. Ja, ich weiß. Hier sind wir ja letztes Mal mit dem Kind in der Hand runtergesprungen. Dann gehen wir doch jetzt nach Hause und gucken, dass wir dich da ins Bett kriegen. Ja, so weit schaffe ich nicht, aber ja. Ich schmecke dich unterwegs. Dann könnte das klappen. Bist du jetzt hier runtergegangen wieder? Ja. Du bist so ein Held. Ich wollte ja extra außen rum. Den Weg hast du letztes Mal genommen. Ja, ich weiß. Mit dem Blach in der Hand. Ich kann mich erinnern. Ja. Aber jetzt stecke ich hier fest. Na toll. Ich schlafe, na toll. Ich komm, ich bin gleich bei dir. Ich habe Fischgräten. Alles gut. Ich habe Fischgräten. Lass mich ruhig liegen. Dankeschön. Hier bleibt keiner zurück. Hier ist auch schon die Maus. Ja, ich habe Wasser. Guck mal, guck mal, wo wir sind. Guck mal, wo wir sind. Das ist die Stelle, die wir letztes Mal nicht erreicht haben. Ach, Pio. Ja, aber hier gibt es auch nichts Besonderes. Nee, nur eine schwache Fackel. Mit Federn. Ja, lass uns mal nach Hause. Ja. Ich brauche trinken. Warte, warte, warte. Nee, kann nicht. Da hinten ist ein... Oh, jetzt bin ich überladen. Ja, siehste. Gib was ab. Ich kann noch. Es ist ein Vogelnest zu viel gewesen. Es war nur ein Vogelnest zu viel. Scheiß auf das Vogelnest. Ja, I need a rest. Bei mir geht es einfach. Ich schlafe jetzt gerade voll. Ich habe nichts zu trinken, nichts zu essen. Warte, da ist eine Schlange, glaube ich. Ja. Nee, doch nicht. So, wo lang? Da lang, da lang, ne? Sauber. Achtung, Krokodil! Kein Mann. Ja, und eine Katze. Nee, ein Wasserschwein. Ein Wasserschwein. Das Krokodil kann ich eben... Ich bin kein Mann, kein Himmel. Der ist ja lahm. Aber der braucht ja ewig, bis der mal den Bogen nachspannt. So, ich schlafe jetzt auch wieder. Ja, ich hole dich jetzt. Aus deinem Schiff. Grüßchen. Alala. Dann kann ich aber euch da überladen. Tschüss. Und die Diva. Ja, du kannst mir gerne Fleisch abgeben. Ja, habe ich vor. Ja. Dann. Okay. Wasch mich mal eben. Ja. Boah, jetzt bin ich zu schwer. Ah. Ja, warte, gib mir eins wieder. Ja. Irgendwas. Schmeiß ich hier gleich raus. Vielleicht habe ich irgendwelche Stöcke auf Tasche, die ich... So, eins reicht mir mal. Ey, pass auf, da ist der komische See, wo mich ständig was gebissen hat. Da hat's ja echt... Da hat's ja echt kein Glück. Fleisch nicht hier? Ja, dann guck mal weg. Genau. Dann guck mal weg. Achso, ja. Es geht nicht, stein weg. Obsidian will ich nicht wegmachen. Naja, reicht erst mal. Oh nee. Parasiten hier, zack. So, parasiten gleich wieder weg. So, ich glaube, da hinten schlechst du irgendwas. War da hinten gerade ein Ingo oder was war da? Weiß nicht. Ich wasche mich gerade. Keine Ahnung. Lass mal gucken, dass wir heimkommen, damit du... Ja gut, wasch dich mal. Und danach gucken wir, dass wir dich heimbringen, damit du schlagen kannst. Erst mal wegst du mich sowieso gleich nochmal. Ja. Also so in zwei Sekunden. Ja, ein bisschen wieder dreckig. Vergiftung war jetzt echt übel, ne? So. Voll. Das ist wieder das Wasserschwein, kein Ingo. Und tschüss. Und tschüss. Und schon wieder dreckig. So, das Spiel machen wir jetzt die ganze Zeit. Taschen, umfallen, sterben. Äh, schlafen. So, wo müssen wir lang? Hier, ne? Du bist du, Schätzelein. Müssen wir nicht in die Richtung? Was? Das wäre mir neu. Das wäre mir neu. Wo bist du denn jetzt auf einmal? Ja, hier neben dir. Ach so, nein, wir sind doch von da gekommen. Wir müssen in die Richtung. Ja, das meine ich ja. Müssen wir nicht in die Richtung. Ja, sag ich ja. Warte, da ist Honig. Honig immer gut. Honig, kein Platz mehr. Hier, ne? Warte. Honig kann ich noch, glaube ich. Hast du? Gut. So, ne, von da, da nicht lang. Ne, da lang, oder? Hier lang, hier lang. Hä? Hier müssen wir lang. Ich meine ja. Ich meine, dass wir letzte Mal auf der anderen Seite standen, da hat mich jemand irgendwas gebissen. Aber okay. Du bist besser im Orientieren als ich, glaube ich. Wenn du das sagst, bist du wirklich schlecht. Wo bist du? Ach da. So, und wir sind... Natürlich. Nicht richtig, ne? Doch, doch, wir sind richtig. Wir sind richtig. Pass auf, wir sind Bienen, falls du sie sehen kannst. Ja, ausnahmsweise, ja. Hier, guck. Gleich sind wir zu Hause. Ähm, wecken bitte, wecken. Komme, komme, komme. Das geht schnell. Nur wenig Frieber. Ja. Ui. Das geht auch echt nur, wenn ich dir in den Hintern gehe, ne? Das ist unglaublich. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. So, hier sind auch wieder Bienen. Und wir sind zu Hause. Ich sehe die Bienen, aber nicht das Nest. Da, jetzt sehe ich noch das Nest. Alles klar. Oh, hier zischt was. Hier ist eine Schlange. Mach kaputt. Absch. Jetzt gibt es aber viele Schlangen hier, du. Jetzt auch, weil wir uns gerade beschwert haben. Ja, ehrlich. Dass wir keine Schlangen haben. Echt? So, wir sind da. Wir sind jetzt hier zu Hause. Ich bin überladen. Kannst du schon vorgehen, umschlafen? Ja, besser ist. Ach, die Mäuse gehen mir hier schon wieder auf den Keks. Äh. 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 Was war das denn? Das bin ich. Ja, was machst du für Geräusche? Ich mach den hier nach. Ach so. Wo ist denn hier der Eingang? Falsche Seite. Du weißt doch, wo... Ja, Falsch, wo gehst du denn hin? Was machst du denn? Ich, ich... Ich sehe gerade die Leiter nicht. Du weißt doch, wo... Ach da. Nee, ich habe zwei Sachen gleichzeitig gesucht. Die, die... Die Windgefäße hier. Der Eschberg geht da rum. Aber ist nichts mehr zu trinken da. Verschärft, ey. Ja, wir haben nichts zu trinken mehr, Mensch. Nee, weiß ich. Ist mir letztes Mal schon... So, schlafen. ...gebar geworden. Wir haben nichts mehr zu trinken. Wir brauchen Regen. Ja, wäre nicht schlecht. Mal wieder so eine Woche nur Regen. Ja. Das ist natürlich... So langsam geht das Leben wieder runter. Heißt, ich brauche bestimmt Wasser. Aber das Fieber ist weg. Ah, und weißt du, was das Tollste ist? Wir können den Waffenständer bauen. Yo. Das hat doch mal was. Das ist so geil. Ja. Hast du noch Katze oder Krokodil oder sowas auf Tasche? Ich glaube beides. Schwarzes Keimannfleisch? Nee, Keimannfleisch. Ja, dann häng das mal bitte auf. Ach so, ja. Da war ja was. Mausfleisch verdorben. Warum nehme ich das? Ja, du sollst das nicht, äh, du sollst das direkt, äh, essen und nicht, äh, abgeben. Ja, das war ja schon verdorben. Ja, deswegen, wenn du das direkt isst, dann, äh, wird dir das eigentlich nicht angezeigt. Ja, das hat er mir aber schon angezeigt. Echt? Mir wird das nie angezeigt. Aber ich kann nichts mehr aufhängen, ist alles voll. Warte. Hier, den einen kannst du. Ach so, ich esse das hier einfach mal. So, jetzt kann ich nochmal zwei aufhängen. Mein Keimann ist wertvoller als Klapperschlange. Deswegen habe ich Klapperschlange jetzt wieder geworfen. Ja, das ist fettreich. War gut. Klapperschlange hat jetzt mal Protein, aber kein Fett. Oh, ich brauche nur trinken. Da habe ich nämlich null. So, ich renne mal eben was zu saufen holen. Warte, nimmst du mal mit? Ich habe zwei. Das ist nicht schlimm. Du weißt, wir brauchen immer Wasser. Ja, ja, wenn ich den noch reinkriege, wo hast du, ne? Ja, habe ich vor dich geschmissen. Alter. Ich mache Feuer. Ja. Aber erstmal gehe ich mal hier ins Dorf. Guck mal, wie schön lebendig das jetzt hier ist. Ja, der fängt von an zu bauen, glaube ich. Ja, die macht Feuerholz und sowas macht den hier. Ja, ja, weiß ich, wie die Mädels liegen hier rum. Aber dann muss erst der Mann ins Dorf kommen, damit die gearbeitet wird. So ist das. Er war schon länger da, der hat auch nichts gemacht. Aber der will jetzt ein paar Frauen beeindrucken, wahrscheinlich. Ah, ja, ist bald Bahrungszeit, oder was? Hehehehe. So, Kaiserfisch. Wech. Wech. W-E-C-H. Wech. Übrigens, der Bug, den ich beim letzten Mal hatte, ist nicht mehr da. Sehr gut. Also da, wo der Bidon immer aus dem Ding verschwunden ist, ne? Ich erinnere mich, ja. Ja. Ne, der ist jetzt nicht mehr da. Ja, Gott sei Dank. Ja. War ja nervig. Oh, ja. Extremly nervig. Oh, die Dinger sind doch gut. Wasser bringt, ne? Diese Orangenfrüchte. Ja, die sind, äh... Ja. Wasser und ich glaube auch ein bisschen Kohlenhydrate haben die. Ja, das kann sein. Aber Wasser ist mir gerade erst mal wichtiger. Ja, acht Hydrationen. Weiß nicht, aber ich schaffe jetzt noch ein Feuer zu machen, weil ich jetzt gerade auch wieder langsam müde werde. Ja. Aber man könnte noch knappen. Mit dem Stammesanzünder geht das, glaube ich, ja. Ja, ich könnte es sonst aufschnappen vielleicht. Hab's schon. So, der Häuptling hat uns auch mal wieder eine Nahrungsration hinterlassen. Ja, weil wir wieder Leute gerettet haben. Sehr schön. So. Ach, Feuer brennt schon sehr gut. Ja, ich hab's gerade angemacht und ich hab auch noch so zwei zusätzlichen Kokoschalen oben draufgebracht. Das heißt, wir haben jetzt sechs hier. Das heißt, wir können schneller kommen. Was sagt man? Bekommt? Nicht bocken. So. Ähm. Er machte erst mal einen Bidon leer. So, nee, nee, nee. So, dann kannst du deinen Bidon gerne schon mal wieder haben. Ja, kannst du gerne da hinschmeißen, nehme ich mir jetzt gleich. Oh, riecht da. Danke. Oben ist auch noch zwei Kokoschalen. Da kannst du auch noch Wasser reinpacken. Ach so, da oben. Genau. Die hab ich grad gar nicht gesehen. Hab nur auf unten geguckt. Kein Problem. Da hast du schon wieder Sachen mit, ne? Ja, du kannst gerne schon reinhauen. Alles für dich. Ah, Proteine. Ja, ich hab einfach mal alles, was ich hier so hab, brauch ich rein. So. Auch eigentlich nur noch Fett. Ja, der kann ich dir nicht. Ja, ich hab noch Paranuss. Alles gut. Gut. Ich hab noch Paranuss am Start. Sehr gut. Ach, ich hab auch noch Pokus. Das muss Fruchtfleisch. Waser auch noch Wasser? Ja. Na ja, kannst du nochmal auffüllen? Ja. Ein bisschen Fett bräuchte ich auch, aber ich hab auch noch Paranuss. So. Dann hab ich noch eine Portion Wasser. Na ja, zwei. Okay. Zwei Rationen, Wasser noch. Das ist hier oben. Eine Honigwabe habe ich da reingeschmissen, eine andere weiß ich nicht mehr. Äh, nee, nix. Aber manchmal ist das auch komisch. Den einen musst du mit rechter Maustaste trinken und die andere musst du wieder mit E. Ja, manchmal weiß ich auch nicht. Das ist etwas verwirrend. Dann kommst du aus Versehen auch verschütten und zack. Ja, ja, ja. Das ist richtig. Ah, ist das cool. Wir haben es nach Hause geschafft. Regnet das oder ist das das Feuer? Das ist Feuer, es regnet nicht. Es kocht gerade. Ja, ja. So. Ich will mal eben gucken hier unten. Ja. Aber wir müssen doch jetzt hier den Waffenständer haben. Wo ist der Gute denn? Oh. Bei Hausnägen? Ja. Oh, jetzt häng ich hier wieder fest. Ach nee. Ich hasse das. Ich häng hier fest. Wie warst du halt da? Ach, siebenmal langer Stock nur. Ja, da liegen welche rum. Oh cool. Hier vorne. Warte, ich baue hier den gerade hin. Ah, ich komm schon mal mit Stöckern. Ja. Achtung. Hast du gesehen, wo ich war? Unten. Ja. In der unteren Etage. Ja. Ich warte nur aufs Krabbeln. Da hat auch was geschehen. Ja, ja, ja. Hab schon weggeschmissen. Hab mich schon gesehen. Dreck ist er. Oh, bei mir ist auch einer. Ja, ich hör's. War wahrscheinlich der von mir. Kann gut sein. Einer fehlt da noch. Ich hab einen gerade hier reingeschmissen. Ja, ja. Da fehlt noch einer. Ach so. Da ist trotzdem noch einer. Okay. Ja. Vielleicht hier. Nee. Nee. Warte, hier. Ich hab. Hast du? Ja, ich sie schon von weit. Hab einen Ruf. Oh, bitte nicht zischen. Nee. Nicht wimmeln. Sehr blöd. So, Seile. Hast du dran? Ja, Waffenhalter. Waffenhalter. So, da tu ich auch direkt mal. So, Engus, greift uns an. Ja, jetzt brauchen wir eure Waffen. Wir brauchen Waffen. Auf jeden Fall. So, ich hab ja schon mal eine Obsidian-Axt reingetan jetzt. Ja. Weil wir haben noch Obsidian. Ja. Hier liegen auch noch Kokos-Rustalen rum. Ja, die hatten wir mal da hingetan zum Regenfangen. Ja, ja. Aber warum sind die alle kaputt umgeschmissen? Weil wir immer in unsere eigenen Fallen gelaufen sind. Stimmt, ja. Da war ja was. Leben haben wir auch noch. Mein Gott. Ja, ist das nicht schön, mal wieder zu Hause zu sein, ne? Home, sweet home. Und mit Waffenhalter. Das ist so eine erfolgreiche Geschichte gerade für mich. Ich bin so happy, dass wir das geschafft haben. So, und wir haben ordentlich Vertrauen dazu gewonnen. So, wir sind hier aber auch immer noch dran. Wir müssen hier immer noch Eisen schmelzen. Genau, das war das nämlich. Wir sind noch immer dran. Hier die Tonflaschen wollen wir machen. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Legenden brauchen wir noch. Hast du gehört? Ja, 15 Legenden brauchen wir noch. Ja. Ach so, wollten wir den Töpfertisch bauen, ne? Habe ich gerade gesagt, genau. Ich mache keine Feuer. Alles gut. Ich wiederhole dich nur. So, dann nächster Eisen. Wir müssen das aber, wir müssen ganz schön viel machen, weil wir brauchen das ja alles zweimal, ne? Wieso? Ja, weil wir zwei Leute sind. Ach so, die Flaschen, ja. Die Flasche zumindest. Die brauchen wir auf jeden Fall zweimal. Dann sollte jeder seine haben. Ja. Was brauchen wir denn für den Töpfertisch noch? Wo war der überhaupt? Ne, das ist ja hier der Töpfertisch. Wir müssen dann hier anscheinend Wasser reinfüllen. Ne, Töpfertisch ist ein eigenes Ding. Haben wir den schon gebaut? Ja. Ich stehe hier gerade vor dem Töpfertisch. Ach so, ach stimmt, ja. Ach, die Geschichte war das. Sag doch mal. Ja, Entschuldigung. Und ich denke, du weißt, wovon ich rede. Ich hatte es nicht mehr auf dem Schirm, dass wir das Ding schon gebaut hatten. Hier ist ein Gürteltier. Hier war ein Gürteltier. Jetzt ist es gut. Ja, das war ein guter Schluss. So, was machen wir denn jetzt noch so lange? Ja, wir sind ja jetzt auch mit der Folge durch. Wir warten jetzt noch. Ach ja, oh, ja. Waschen gleich. Ja, dann lass uns mal pennen gehen. Aber wenigstens für die nächste Folge Tag. Ganz genau. So dachte ich mir das nämlich auch. Ja. So, hier oben ist noch frei, ne? Sehr schön. So, dann hauen wir uns mal hin. Jo. Und waschen, ja. Das ist ganz wichtig. Ja. Ja, und während wir schlafen, können wir uns doch eigentlich verabschieden, ne? Wir wachen jetzt auch direkt schon wieder auf. Zack, wach. Ja. Ich hoffe trotzdem, dass es euch heute gefallen hat. Nicht genau so. Auf jeden Fall hatten wir eine erfolgreiche Reise im Westen. Können wir auf jeden Fall als Erfolg verbuchen, würde ich mal sagen. Absolut. Also, ob wir da alle Legenden gefunden haben oder so, werden wir rausbekommen, wenn wir noch andere Orte erforscht haben. Ja. Das sind in weiteren Folgen. Genau. Und da hoffen wir natürlich, dass ihr uns da wieder begleitet. Wenn es euch denn gefallen hat, gebt uns doch gerne beiden einen Daumen nach oben. Abonniert auch unsere Kanäle, um nichts mehr zu verpassen. Drückt auch die Glocke. Ja. 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 Ja, lasst uns Kommentare da. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend. Bis dahin. Ciao. Bye, bye.